Arsch im Hotel. Zeig das Wohnzimmer ab. Putz die Wiener. Putz die Fenster. Räum auf in der Küche auf. Weil du etwas verspast hast. Ich habe dir das Konto in Tinder eröffnet. Ich habe dir den Sohn von Presley hingepflückt. Du weißt, dass er hübsch und reich ist. Oh, prima. Nimm das Handy raus. Welches Handy? Das schwarze? Du hast doch eins. Es ist nicht da. Es ist verschwunden. Hast du es zu Hause gelossen? Es lohnt sich nicht. Ich zurück zu Holen. Asch den Fotelkat keine Interesse es zu nehmen. Ey, was für ein Mädchen ist das? Ey, hey. Aber vielleicht lebst du es aus dem Spiel ein? Das ist eine gute Idee. Ja. Du bist nicht der Bean? Was denkst du? Du bist ihr nicht wert. Ich gebe dir das, das ist ein bisschen zu tun. Es ist nichts so? Bist du okay? Ja. Wir kennen uns? Nein. Wirklich nein. Ich muss schon gehen. Aber das match ist nicht vorbei. Ich muss schon gehen. Aber das match ist nicht vorbei. Aber das match ist nicht vorbei. Ich muss schon gehen. Was ist das? Ey! Hast du den Fotel? Das bist du. Ich habe mit dir angesprochen. Hast du den Fotel? Mein Schatz, komm mit mir nach oben. Wir werden Kekse bringen. Lass sie jetzt in Ruhe. Komm meine, du wirst schon geborgen. Lass uns auf eine picsplatt. Das muss man jetzt lernen. Komm meine, du wirst schon. Ich geh mit mir nach oben. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. In der Näheine Stunde. Ich bin hier. Möcht, das ist alles. Ich bin hier.